Wir haben uns die Lesekompetenzen von Viertklässlern angeguckt. Wir machen das in regelmäßigen Abständen. Ich bin jetzt auf Seite 5. Es haben relativ viele Länder und wichtige Länder teilgenommen. 47 Länder haben insgesamt teilgenommen. Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika und Afrika fallen weitgehend aus diesen Untersuchungen raus. Die beteiligen sich an diesen internationalen Untersuchungen in der Regel nicht. Der Rest schon. Wobei für uns natürlich OECD und EU, das sind die relevanten Länder, mit denen wir uns vergleichen sollten. Und die sind natürlich hier ausreichend vertreten und gut mit dabei. Wenn man lesen, testen will, könnte man ja auch einfach hingehen und sagen, wir messen jetzt mal, wie schnell jemand ein Blatt Papier, eine Seite, 20 Sätze liest. Das bringt uns nur nicht allzu sehr weiter. Deswegen schauen wir also genau nach, wie werden die Informationen verarbeitet, wie werden die literarischen Erfahrungen verarbeitet etc. Das ist das, was uns interessiert. Sie sehen, Deutschland ist im Mittelfeld, bewegt sich ungefähr auf der Ebene von der OECD und der EU. Wir sind, wenn man das so will, konstant geblieben in den Leistungen von 2001 bis 2016. Jetzt kommt aber der Haken. In 2001 waren nur vier andere Länder besser als wir. Mittlerweile sind das 20 Länder, die besser geworden sind als wir, obwohl unsere Leistungen die gleichen sind. Das ist eine Konstante. Wir müssen deswegen nicht Sack und Asche tragen. Aber trotzdem, 20 Länder sind an uns vorbeigezogen. Das ist eine Menge. Und eben viele europäische Länder, viele Länder der OECD, die an uns vorbeigezogen sind. Auf Seite 19 sehen wir den Leistungsvorsprung von Kindern mit Familien mit mehr als 100 Büchern im Vergleich zu denen mit weniger als 100 Büchern. Diese Büchervariable ist eine Schichtvariable. Das misst international diesen Komplex relativ gut. Das hat sich in sehr vielen internationalen Untersuchungen bewährt. Wir können also sagen, Kinder aus oberen Schichten im Vergleich zu Kinder aus unteren Schichten. Das macht es ein bisschen einfacher. Die Abhängigkeit ist in Deutschland recht groß. Es sind nur drei Länder von 47, die das schlechter hinkriegen als wir. Das Ungarn, Bulgarien und die Slowakei. Alle anderen Länder kriegen das besser hin als wir. Das ist ein Datum, das muss man zur Kenntnis nehmen. 54 Punkte Unterschied zwischen Kindern von bürgerlichen Schichten im Vergleich zu denen aus den unteren Schichten. Auf Seite 21 sehen wir die Abhängigkeit der Gymnasialpräferenz, also der Entscheidung, geht das Kind aufs Gymnasium oder nicht, in Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status der Elternhäuser. Der Abstand ist groß. Wir hatten im Jahr 2001 einen Abstand. Den kann man beziffern. Die Chance, die Gymnasialempfehlung zu bekommen, war 2,6-fach so hoch, wenn das Kind aus oberen Schichten kam. Mittlerweile ist die Chance auf 3,4 gestiegen. 3,4-fach ist die Chance besser, wenn ein Kind aus den oberen Schichten kommt, die Gymnasialempfehlung zu bekommen, als wenn es aus unteren Schichten kommt. Und diese Verschlechterung, die muss man zur Kenntnis nehmen. Wir werden eine gezielte Unterstützung für lese-schwache Schülerinnen und Schüler fordern müssen. Wir werden das Gleiche für unsere Top-Leser fordern müssen. Also wir müssen an beiden Enden arbeiten, sowohl am unteren als auch am oberen. Wir werden verstärkt den Einsatz von Sachtexten im Leseunterricht und eine gezielte Förderung von wissensbasierten Verstehensleistungen daran herangehen müssen. Die Chancengerechtigkeit, also da muss dringend dran gearbeitet werden. Das, denke ich, ist aber allen Beteiligten, die hier sitzen und die damit zu tun haben, aber auch vollkommen klar. Wir werden verstärkt Leseförderung in der Sekundarstufe 1 betreiben müssen. Denn wir wissen, dass 18,9 Prozent am Ende der vierten Jahrgangsstufe praktisch ganz schlecht lesen können. Heißt das für die Sekundarstufe 1, es muss in der Klasse 5 und 6 nachgearbeitet werden. In der Regel sind aber unsere Lehrerinnen in der Klasse 5 und 6 dafür nicht ausgebildet. Das ist eine Riesenaufgabe, die uns da erwartet, das also wirklich nachzuqualifizieren. Insgesamt sind die Ergebnisse für Deutschland nicht wirklich positiv zu bewerten. Wenn man ehrlich ist, sind wir natürlich nicht vollkommen überrascht von den Befunden, weil sie das bestätigen, was die aktuellen IQB-Ländervergleichsstudien uns gleichsam schon mitgegeben haben. Und wir wissen, ob die Herausforderungen, die gerade Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer in ihren Schulen an der täglichen Arbeit haben. Deshalb ist es im Grunde eine Bestätigung. Man kann sagen, dass Deutschland, Herr Bosz hat es ja dargestellt, sein Niveau gehalten hat. Die anderen aber besser geworden sind. Und vor dem Hintergrund ist Stagnation natürlich Rückschritt. Und deshalb muss man das sicher im Gesamtkontext so auch offen ansprechen. Seit 2011 und natürlich seit den Jahren davor umso mehr hat sich die Schülerschaft in den Schulen grundlegend verändert. Auch mit der fortschreitenden Inklusion werden deutlich mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen mit Kindern ohne diesen in der gemeinsamen Grundschule unterrichtet. Auch das ist eine Herausforderung. Und darüber hinaus ein ganz entscheidendes Element auch, hat sich natürlich seit 2011 die Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungshintergrund in der Grundschule deutlich erhöht. Mehr als jedes dritte Kind in Deutschland, das im Jahr 2016 die vierte Klasse besucht, hat mindestens einen Elternteil, der aus dem Ausland geboren wurde. Das ist im Vergleich dazu, dass im Jahr 2011 dieser Anteil noch bei rund 27 Prozent lag, eine deutliche gestiegene Herausforderung. Weil natürlich für diese Kinder, für viele dieser Kinder Deutsch als Bildungssprache doch mal eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Der Hinweis sei gestattet, dass Leseförderung natürlich auch im außerschulischen Bereich eine zentrale Rolle spielt. Und es hängt natürlich schon auch davon ab, wie zu Hause gelesen wird und ob zu Hause gelesen wird. Die Vorbildfunktion von uns Erwachsenen ist da hier ganz entscheidend. Und wenn man mal selbstkritisch ist, man kann natürlich nicht von Kindern verlangen, dass sie öfters oder regelmäßig zu einem Buch greifen, wenn man selber den ganzen Tag am Smartphone rumspielt. Natürlich ist auch der Einsatz von digitalen Medien heute, was die deutsche Sprache angeht, was den Umgang mit Sprache angeht, trägt natürlich auch zu einer Veränderung bei. Aber da haben natürlich wir Erwachsene eine Vorbildfunktion, die ich an der Stelle durchaus auch deutlich erwähnen möchte. Für uns heißt es, ausgehend von IQB, aber natürlich jetzt auch von IGLU, dass wir uns die Entwicklungstrends als Länder genau anschauen. Wir haben ja, ich sagte es eingangs bereits, die Bestätigung dessen, was wir schon seit Längerem sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Ergebnisse, IGLU bezieht sich jetzt nicht auf Bundesländer insgesamt. Das ist klar, aber dass wir natürlich schon sehen, dass der Handlungsbedarf in dem Bereich, was Lesen angeht und damit natürlich auch das Thema Deutsch insgesamt angeht, weiter als große Herausforderung definiert ist. Übrigens möchte ich auch ausdrücklich sagen, dass es die Chance für den Bildungsföderalismus ist, nämlich die Chance voneinander zu lernen. Wir haben als Kultusministerkonferenz schon seit langem gemeinsam verabredete Bildungsstandards. Die beschreiben, welches Kompetenzniveau die Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse haben müssen. Die sind in der Kult-KMK seit langem definiert. Das ist auch richtig und es ist wichtig. Und wir müssen uns bemühen, die Rahmenbedingungen in den Schulen so zu schaffen, dass diese Kompetenzziele dann auch erreicht werden können. Das heißt, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität bleibt eine zentrale Aufgabe in ganz Deutschland. Und für uns ist es die Chance, dann durchaus von anderen Bundesländern wechselseitig zu lernen, zu sehen, welche Ansätze gerade im Bereich der Leseförderung da sind, mit welchem Erfolg. Und deshalb ist es ganz sinnvoll, wenn gerade auf KMK-Ebene die 16 Bundesländer sich vergleichen und da, wie gesagt, sich gegenseitig auch inspirieren. Die Ansätze, die Initiativen, die gerade in diesem Bereich lesen, ist das eine, ergänzt sich ja dann auch um Schreiben und deutsche Sprachkompetenz insgesamt, hier dann dementsprechend sich gegenseitig auch herauszufordern. Wie gesagt, auch wir nehmen die ICLU-Studie wieder als Maßstab dafür, dass wir in diesen Bereichen, das ist glaube ich nicht zu bestreiten, klaren Handlungsbedarf haben und diesen auch in den Mittelpunkt unserer Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren stellen müssen und stellen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.